Das ist eine ganz besondere Veranstaltung, weil sie doch ziemlich spät im Jahr ist. Und obwohl sie so spät ist und auch unabhängig von den verschiedenen Wetterkonstellationen immer wieder sehr stark von der Bevölkerung angenommen wird, dass es anscheinend so ein schönes Saisonabschlusstreffen. Und die Menschen kommen hierher, wir haben jedes Mal unseren wunderschönen Flohmarkt dabei, einfach eine schöne runde Geschichte, die Gemeinde feiert, der Ort feiert. Ich freue mich jedes Mal auf den Flohmarkt und natürlich auch auf das Bier zapfen, weil es jedes Mal für mich eine besondere Herausforderung ist, kriege ich dann auch die Gläser entsprechend schnell voll. Montag ist dann natürlich um 16 Uhr die Verlosung für die Kinder der ersten bis vierten Klasse. Und abends ist dann so ein Ausklang der Kirmes, man trifft sich dann mit den Menschen, die Vereine kommen hierher, die Unternehmen kommen teilweise hierher. Auch da noch einmal eine Gelegenheit, eine gute Gelegenheit, ein guter Ort sich zu treffen. Bye-bye!